Herzlich Willkommen zurück, meine kleinen Filmmöse, zu Let's Play Mario Kart Wii. Wir haben wieder die 100cc Bikes. Und jetzt probieren wir mal aus den Koopa. Den Koopa Troopa. Der ist nämlich in der Babyklasse, also in der kleinen Klasse. Und dann probieren wir doch mal dieses Bitbike aus. So, manuell. Und einmal hier diesen Mushroom. Nicht den Mushroom, den Mushroom Cup haben wir schon. Den Flower Cup, genau, den Blumen Cup. Der kommt jetzt als nächstes dran. So, ich hoffe, das wird auch was. Zwei sollten wir drücken. So, da sind wir schon ein bisschen schneller hier. Oh, das ist nicht so wie das von der Peach. Okay, hier haben wir aber den Königsbrillensruments. Juhu! Das einzige, wozu es da ist. Wenn man so ein Marschuhn hat, kann man da durch. So! Gleich mal auf Platz 1 hier. Das war super... Das war ein super, super Zufall. Zufall. So. Guck mal. Oh, oh! Luigi! Das glaube ich ja jetzt aber nicht, ne? Hier, bitteschön. Tschüss! Ich drifte hier mal kurz über die Kurve. Oh, Scheibe. Schon wieder. Oh, ich will, dass der mich... Ich glaube, ja. Den Luigi, den hat sie erwischt. Haben wir gerade auf der Karte... Gesehen. Gehen. Nein. Nein, geh weg. Geh weg, Bu. Geh weg. Ich bin Erste. Ich bin Erste. Ich bin die Erste, die kommentiert. Die muss weg. Oh, warte mal. Guck mal. Ich habe eine Idee. Boop. Oh, guck mal. Jetzt ist der so weit hinten. Da ist gar nicht mehr Zweiter. Okay. Oh. Das war so... Das war so schnell. Okay. So. Ich glaube, die können gar nicht vor Ort gehen. Die müssen einfach so bleiben. Ach, guck mal, Banane. Oh, bin ich fast in meine eigene Banane reingegangen. Ich finde, dieses Bike oder dieses... Ja, dieses Motorrad ist viel besser zum Kontrollieren als das von der Peach. Das von der Peach war so schlimm. So. 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 Oh. Da wäre noch ein roter Panzer auf uns zugekommen. Aber wir haben es ja jetzt dann glücklicherweise doch geschafft. So. Mann. Der King Bu ist auf den vierten Platz gelandet, nachdem wir den da mit der roten... mit dem roten Panzi abgeschossen haben. Wow. Okay. Das ist dezent Schloch für den. Nicht für uns, aber für den. Okay. Drei. Zwei. Oh. Drücken. Nein! Oh, nicht drücken! Ay caramba. Das war etwas falsch. Oh, guck mal. Oh. Oh Gott, es vibriert so viel. Oh, und gleich wieder achte. Das war nicht so genial. Das hier zu benutzen zumindest. Zehnte. Ach so, da hat es mehr als acht. Das war auf dem DS-Acht, ne? Oh, ich habe nichts bekommen. Was? Ich bin nicht täuscht. Geh weg, Bowser. Niemand mag dich, Bowser. Niemand. Ich mag Peach mag dich. Deswegen geht sie auch immer wieder zu Marius zurück. Oh nein! Ich bin so schlocht. Okay, jetzt aber hier. So. Hier werden die Blöden aussortiert. Blöden aussortiert. Oh Gott. Tschüss. Okay. Wir sind jetzt Zweite. Dritte. Oh, wieder Zweite. Oh, wir haben eine Bombe. Damit kann man so viel anstellen. So. Oh, komm schon. Ich mag es da drüben. Oh nein, nein. Wieso tut ihr mir das alle an? Ihr seid so fies. Hätten wir die Bombe jetzt nicht geha- Oh, 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 Bonete. Hätten wir jetzt die Bombe, die ich gehabt, wäre das nicht passiert, ne? So. Oh, die Banane wich jetzt nicht unbedingt an. Oh. Der Bombe zudrückt. So. Ach, guck mal, was ich hier hab. Oh, guck mal, was der da hatte. Der hatte einen blauen Panzer. Wenn das jetzt nur die dritte Runde gewesen wäre. Das war sie aber leider nicht. Die dritte Runde kommt jetzt. Wieder die Banane bereit. Aber der kleine Koopa ist so süß. Er sieht so aus wie ein kleiner Yoshi. Nur halt als Schildkröter. Und ich hab's Dinosaurier. So sieht er für mich ein bisschen aus, ne? Wir riskieren hier jetzt nichts, ne? Das ist die dritte Runde hier. Nichts riskieren. Ah, riskiert! Nein. Nein, geh weg. Oh, geh garantiert jetzt weg. Oh, den Boo hat's erwischt. Den König Boo. Ich will nichts riskieren. Nichts. Rein gar nichts riskieren. So. Oh. So. Und. Wir sind drin. Juhu. Oh, das war so knapp, Mensch. Aber so richtig knapp. Okay, nächstes Rennen. Dann gucken wir doch mal. Ach, das war das. Okay, das war diese Schneekarte. Zum Glück rutschen wir da nicht. Das war ja die andere Karte, wo man da gerutscht ist. Herzlich willkommen zurück, meine kleinen Findermöse, zu Let's Play Mario Kart Wii. Wir haben wieder die 100cc Bikes. Und jetzt probieren wir mal aus den Koopa. Den Koopa Troopa. Der ist nämlich in der Babyklasse. Also in der kleinen Klasse. Und dann probieren wir doch mal dieses Bitbike aus. So. Manuell. Und einmal hier diesen, diesen Mushroom. Nicht den Mushroom. Den Mushroom Cup haben wir schon. Den Flower Cup. Genau. Den Blumen Cup. Der kommt jetzt als nächstes dran. So. Ich hoffe, das wird auch was. Der 2 sollte mir drücken. Das ist nicht so wie das von der Peach. Okay. Hier haben wir aber den Königsbrüttel. Das ist nicht so wie das mit dem Königsbrüttel. Das ist nicht so wie das mit dem Königsbrüttel. Das ist nicht so wie das mit dem Königsbrüttel. Das ist nicht so wie das mit dem Königsbrüttel. Der 1 hat gewischt. Haben wir gerade auf der Karte gesehen. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg, Boo. Geh weg. Ich bin die Erste. Ich bin die Erste, die kommentiert. Du musst weg. Oh, warte mal. Guck mal. Ich habe nur die. Boop. Ja. Ich würde mich auch mal sehen, wenn ich du wäre. Denn ich komme jetzt mit meinem... Was auch immer das ist. Das falsche Paket. Ich weiß. Facebook. Ich weiß. Du möchtest auch deine Aufmerksamkeit mal wieder haben. Puh. Ich dachte schon. Oh, oh. Ich muss die Peach. Die Peach. Die Peach? Nein. Die Peach. Die Peach. Oh. Ach, ich hasse diese Wolke. Wenn man damit... Oh. Wenn man damit einen anderen anboxt, kriegt der dann die Wolke. Aber ich habe leider niemanden angeboxt. Deswegen habe ich auch keine Wolke. Deswegen habe ich es auch abbekommen. So. Wir wollen nicht zwei. Wir wollen eins. Ach, das wird nicht mehr. Aber zwei ist besser als drei. Ich glaube, der King Boo ist Nummer... Ach, der ist auch nicht Nummer drei. Sag mal. Buddy Peach, die hat uns fast eingeholt, ne? Die hat jetzt 39 Punkte und wir haben 42. Nächstes Rennen. Ich glaube, das nächste ist das letzte Rennen, soweit ich weiß. Tatsächlich. Varios Goldmine. Oh, eine der schlimmsten Karten, finde ich. Ich finde, Rainbow Road und die Regenbogenstraße ist gar nicht so schlimm. Ich finde diese Karte viel schlimmer. Varios Goldmine. Das ist so eine schreckliche... Vor allem bei 150. Da ist es so schlimm. So. Oh. 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 Wirklich? Oh. Ich habe alles verloren. Oh. Oh yeah. Jetzt sind wir dran. Tschüss. Tschüss. Ups. Ich bin so schnell. Okay. Sollen wir eine Abkürzung benutzen? Ich weiß nicht, haben wir die letzte Mal benutzt. Oh. Wir nehmen die Abkürzung. Ah. Nein. Boah. Ich bin schon mal runter. So. Oh, das ist die Abkürzung. Oder sollte nämlich die Abkürzung sein. Ja, das ist die Abkürzung. Okay. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Wir sind leider die kleinste Klasse. Das bedeutet, wenn die uns boxen, dann fliegen wir runter. Die nicht, aber wir schon. Den sollten wir vielleicht nicht gerade anfassen. So. Luigi, geh weg. Nein, mit dir rammt mich nicht an. Jetzt fliege ich hier noch runter. Okay. Oh, drei Panzer. Wow. Luxus. Purer Luxus. Ich muss nicht mal was machen. Ich kann es einfach nur so belassen, wie es jetzt ist. Oh. Das war aber gemein, hey. Oh. Oh, ich sehe, wie du es denkst. Ja. Das dachte ich mir auch. All right. Jedes Mal, wenn sie überholt. Okay. So. Oh. Nein. Das ist doch die letzte Runde. Okay, das war ein bisschen blöd. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Oh. Wir haben einen Mushroom gehabt. Nein. Okay. King Boo. Jetzt heißt es du und ich. Und für mich heißt es, ich muss gewinnen. Und für dich heißt es schon was anderes. Mist. Und den abtun. Juhu. Wenn jetzt jemand einen blauen Panzer hat. Dann war es das für uns. Okay. Ganz vorsichtig. So. Geschafft. Das war knapp. Also knapp nicht. Drei Sekunden. So. Das heißt aber, wir haben auf jeden Fall den ersten Platz gemacht. Was sehr, 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 sehr gut ist. Wirklich sehr gut. So. You got first place. Du hast den ersten Platz gemacht. Rang A. Das macht sowas von keinen Sinn. Wir hatten in der letzten Folge Rang A. Congratulations. You can now play the 100 CC Star Cup. Also wir können jetzt den Star Cup spielen. Ne. Okay. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr diese Folge fandet. Findet ihr die Motorbikes besser oder die Autos. Und ja. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Bis dahin in eure Käsekuchen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.